Vielen herzlichen Dank. Im Schuss, liebe Werk, hast du mich gesehen? Da bist du erst heute hergekommen. Das ist aber schön. Ja, Magdeburg, ich begrüße euch nochmal auf das Allerherzlichste und freue mich wirklich sehr, dass ihr heute alle gekommen seid, um in mein neues Album Universum reinzuhören. Wir waren in der letzten Zeit ganz, ganz viel unterwegs, in Leipzig, München, Halle, überall, aber Magdeburg, ich komme immer wieder gerne her. Genau, der Timo gibt mir gerade dieses Cover von dem aktuellen Album und es heißt Universum, das heißt, ich möchte euch einfach mitnehmen in mein Universum, denn seit 2011 ist eine Welt passiert. Da war ich bei Deutschlandflug den Superstar einer von 35.000 Kandidaten und habe es letztendlich unter die letzten acht Teilnehmer geschafft. Seitdem sind wir ganz viel unterwegs in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz.